Zwar die dann ja jetzt passen, ne? Aber jetzt ist es halt der, den hab ich jetzt rausgeholt. Ich depp. Das hab ich jetzt total schlecht gemacht. Oder? Hab ich das schlecht gemacht? Ach, das hab ich auch nicht schlechter gemacht wie alles andere. Also. So, jetzt ist der da. Okay. Okay. Moment, ich brauch ein 3. Das heißt, der bräuchert halt A3. Ähm. Wenn man das jetzt so macht. Dann. So macht. Kommt, geh rum. Okay. So aufhört. Das reicht ja nicht. So wie ich mir das jetzt gedacht hab. Ja, geh mal du da rein. So, und jetzt gehst du mal da hin. So, jetzt ist das schon mal alles schön in kleinen Eckchen. Ja? Ja. Der ist jetzt halt falsch. Der müsste halt da drüben sein. Aber das krieg ich ja jetzt nicht hin, oder? Krieg ich das irgendwie hin? Noch ohne, dass ich jetzt halt irgendwelche... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann wär der 1, 2, 3, 4 da. Jetzt probier ich mir das noch mal. Warte mal. Okay. Aber das bringt ja nichts. Weil wenn ich jetzt den wieder dann rüber ziehe... Hm. Ich mach mal ein Reset. Ich glaub, das war's wahrscheinlich alles gut. Wo ist denn der Reset? Gibt's keinen? Oh Gott. Oh Gott. Ihr seid ja so gemein, Leute. Ihr seid so gemein. Das ist sowas von gemein. Nein! Ach, das war jetzt überhaupt nicht das, was ich... ..., das ..., Untertitelung des ZDF, 2020 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 also der muss jetzt zum beispiel schon mal hier sein weil sonst muss ja am schluss alle jetzt zum beispiel nach da oben ziehen ich verstehe es nicht so die zwei wären jetzt zum beispiel drauf aber jetzt habe ich natürlich das problem ich müsste jetzt naja gut ich müsste jetzt in die andere richtung die müssen jetzt genau links daneben stehen sonst bringt es ja nix wobei ich das doch hinbekommen könnte oder so mach den einmal anheben den einmal anheben den einmal anheben jetzt gas geben ja jetzt habe ich das problem dass das alles nicht mehr hinhaut weil die nicht mehr richtig schön in der reihe sind aber das prinzip wäre jetzt gewesen dass ich den jetzt runter mache weil ich das hätte ja von vornherein machen können denn also noch einmal alles auf anfang alles schön bitte sammeln separieren so nochmals so schön so zack zack also einen hätte ich gern auf der anderen seite okay so sehr schön zack zack und wieder nach da oder will ich das ich bin mir ich weiß nicht mehr was ich will zack machen wir mal einfach sooo zack was bist denn du was hängst denn du jetzt da rum zack 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 machen wir mal einfach sooo zack 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 So, einmal nach da, bitte. Und ihr seid dingsig. Okay. Ach, weil der da nach oben ist, mensch ins Kinder. Jetzt ist der schon wieder nix. Ach, gibt's denn das? Jetzt hab ich drei richtig. Seh ich das, seh ich das da gerade richtig, ja? Aber einer ist falsch. Ah. Na. Ah! 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 Das gibt's doch nicht! Ey, der Spiel macht mich wahnsinnig! Ja klar, jetzt passt du natürlich wieder nicht. Das kann ja jetzt so schön sein, ne? Weil wenn ich jetzt nämlich so, zack, zack, zack und jetzt einfach nur so mach. Ja, du wärst oben. Du wärst oben. Und du wärst oben. Und du wärst oben. Und du fällst mir jetzt runter, das weiß ich schon. Ja, super. Ganz klasse, ganz klasse. Ah! Ah! Aber... Moment! Wenn ich jetzt... So mach! Dich hochknall! Dich hochknall! Dich hochknall! Dich... Lass! Ey, du... Du gehst mir... Auf... Auf den Geist, du... Kleine... Bitte, bitte, bitte fallen mir jetzt schon wieder runter. Das ist ja brutal, das Spiel. Selbst wenn man was wie es geht, ist es noch nicht leicht. Jetzt aber, oder? Jaaa... 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 Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ja, komm noch mal am drauflegen, oder? Ui, was ist jetzt? Interaktiv filmen! Ui... Jaaa, das ist jetzt immer ein Archheld! Jaaa... Ui... Was hab ich denn für coole Handschuhe an da? Wow! Wow! Bitte? Bitte? Was war jetzt das? Was kann ich jetzt machen? Okay... Das hat mich jetzt eigentlich verwirrt und mir jetzt nicht wirklich was erklärt, aber... Toll ausgeschaut hat's. War jetzt schon schön. Da bin ich rein. Kann ich da hoch? Nein. Dürf ich nicht. Okay. Ach, dann runter wär ich dürfen. Okay, Sektor 6 completed. Damit... Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.